Kapitel 1, Übung D1 Hören Sie die Redemittel. Sprechen Sie die Wendungen nach. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Hallo. Wie heißen Sie? Ich heiße Max Müller. Mein Name ist Max Müller. Wie ist Ihr Vorname? Wie ist Ihr Familienname? Mein Vorname ist Max. Mein Familienname ist Müller. Wie alt sind Sie? Ich bin 30 Jahre alt. Woher kommen Sie? Ich komme aus Spanien. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Madrid. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Lehrer. Ich arbeite als Managerin bei Siemens. Was studieren Sie? Wo studieren Sie? Ich studiere Medizin in Berlin. Welche Sprachen sprechen Sie? Meine Muttersprache ist Italienisch. Ich spreche sehr gut Englisch. Ich lerne jetzt Deutsch. Ich bin ledig. Ich bin verheiratet. Ich bin geschehen. Ich habe zwei Kinder. Was sind Ihre Hobbys? Ich spiele gern Fußball. Ich sammle Briefmarken. Ich lese gern Romane. Ich höre gern Jazzmusik. Ich schreibe gern Gedichte. Ichirize. Es ist ein Trier.